um das mal auszuprobieren jetzt mal zum beispiel wie ich hier eigentlich brauchen wir ja bloß dann in karte ich jetzt mal ganz kurz hoch bedeutet so gleis mein kart genau und dann so brauchen wir eigentlich einen anderen block keine Treppe bitte, danke dann so und dann kann dieses ding nicht mehr verrutschen da ist man oben, nice so klappt das und wenn man runter will geht das so das gefällt mir, so kommt man mal leicht hoch und gleich wieder runter ja genau so machen wir dann als nächstes jetzt müssen wir mal kurz gucken dann würde ich sagen machen wir hier vielleicht das Lager oder so oder machen wir hier unser Fertigungsgedön so das war hier oben und alles drin machen ich weiß es nicht da war noch Kohl ist drin, ne, gut gucken wir mal also das war wirklich so machen, dass wir das hier so ein bisschen als Eingangshalle nutzen muss man vielleicht auch noch mal ein bisschen besser dekorieren, aber dass wir hier unten vielleicht nicht so unbedingt eine Funktion haben dann würde ich einfach mal so machen, machen wir hier ganz viele Öfen jetzt mal auf ich brauche jetzt mal einige Öfen ich habe immer ganz ganz viele Öfen gerne, weil es ist halt so habe ich noch mehr Cobblestone, ich habe auch noch mehr Cobblestone gut, dann würde ich die Werkbank hier mal wieder hinsetzen erstmal und Öfen craften ganz viele Öfen bisschen Cobblestone farmen oder so so, jetzt gucken wir mal 60 Sekunden Besitzerschutz jetzt aktiv was hat das jetzt zu sagen ich werde da wohl alleine nur auf meinen Förders zugreifen können, oder? ich gucke mal ganz kurz das heißt es bei jemand anders ob der, ob ich da an den Förders gucken kann oder wenn du nicht bist also ja, wollte ich gerade sagen ich kann doch hier nicht in seine Sachen einfach gucken die Werkbank kann ich benutzen aber das ist ja auch nicht weiter wild ja genau wollte doch wow müssen eigentlich alle immer das so bauen? weiß ich nicht müssen das eigentlich immer alle so machen wobei das könnten wir auch machen so ein bisschen warte mal oh ich habe meine goldene Schuhe nicht dabei ah ich hole die mal ganz kurz ich bin mir zwar sicher jetzt hätte ich mir schon mal geguckt aber man kann ja mal noch ein Bild drüber haschen so so das wurde hier gemacht einfach ausgebuddelt und ich ich bin einfach Eiskite faul und mache es nicht Mann, Mann, Mann ich mache das einfach nicht hier hier kommt der nicht hoch gut aber eigentlich könnte man das auch machen dass man hier so einfach sagt man buddelt das hier komplett weg oh Mann, das werden ein paar unspanne Folgen glaube ich werden oh ja ich habe da Bock drauf das irgendwie zu vollenden hier dass man wirklich hier sagt man hat hier so einen kompletten leeren Raum weiss nicht, aber aber ich würde dann auch versuchen noch irgendwas reinzubauen das wäre so das was ich gerne machen würde so ich flieg jetzt erstmal wieder raus das kann man sich ja mal noch vornehmen kann man alles noch machen bevor wir auf jeden Fall äh ja ein Grundstück kaufen mir fällt gerade ein wir haben ähm Dings gar kein falscher das heißt wir können hier auch die Schilder nehmen das ist vielleicht noch besser als können die nicht auf Schildern stehen einen kleinen Moment können die nicht auf Schildern stehen hier warte mal das ich dachte mal das können die ich habe das auch noch nicht aufgeführt deswegen keine Ahnung äh wir machen hier ein Schildern ein Block und ein Gleis und ein Minecart dann machen wir das weg und der fällt durch achso man kann nicht nur Leiter nehmen gut das wusste ich nicht dann habe ich vergessen was ich gerade gesagt habe ähm dann lassen wir das doch wieder Leiter das hatte ich nicht auf dem Schirm dass das gar nicht geht ich dachte man hätte das mit Leitern machen können irgendwie sodass man da nicht ähm sozusagen immer hängen bleibt an den Leitern wenn man runter geht sondern einfach in einem Schlag durch kann aber wenn es so ist dann ist es so wenn es nicht geht aber vielleicht hat das auch sein Gutes weiß man nicht vielleicht hat das auch sein Gutes dass das nicht geht ich glaube es hätte vielleicht auch Nachteile wiederum einfach so jetzt muss ich gucken dass ich das nicht verschiebe das ist immer die Gefahr wenn man hier rum arbeitet an diesem Aufzug aber jetzt geht das ja zack zack genau ich komme mal easy hoch ist geiler als eine Leiter auf jeden Fall gut so ich wollte Öfen bauen da waren wir gerade stehen geblieben haben wir schon wieder was komplett anderes gemacht Öfenwände hier schön ich habe wirklich richtig gerne immer viele Öfen dass man wenn man mag was kokelt richtig schnell kokeln kann so die Ofenwand haben wir hier machen wir machen wir dann dann machen wir hier die Ofenwand am besten weiter dann wird das ja unser Ofenraum am besten ich werde aber noch eine Werkbank hier rein machen dass es nicht ganz so leer aussieht oh alle Öfen alle nein wir haben keinen Cobblestone mehr nur Mossdown Mossdown bringt uns nicht so viel wir müssen Cobblestone farm dann fahren wir Cobblestone äh S4 ging das auch? oh es geht auch gut jooot danke für nichts hallo wieso tpst du mich denn gleich instant ans Ende das will ich jetzt aber auch nicht finde ich jetzt noch nicht so nett Spawn finde ich dass du mich instant dein teleportierst ich will ja zu ja wo wir mal hin hier ist viel Stein oh hier kann man Cobblestone farm das gefällt mir einfach hier ganz ehrlich mal ganz ehrlich mal ganz ehrlich ähm der hier hier macht weiter ging's nicht dann werde ich erstmal weiter buddeln hier wir buddeln einfach unten äh ja da dürfen wir noch einiges runter buddeln wohl da übel wofrackeln wären vielleicht nicht schlecht das war eigentlich gerade nicht geplant aber ist ok so hab ich überhaupt ganz viele Spitzhaken dabei nicht wirklich aber ist ok so dann versuchen wir mal einmal hier runter zu kommen dann können wir das vielleicht auch ein bisschen in unserem Mining-Stammplatz machen ich weiß es nicht genau so ein bisschen müssen wir noch aber während wir hier runter hauen hier sammeln wir ja schon kommen ist ja ganz gut wir bräuchten auch mal bessere Werkzeuge auf jeden Fall Dias am besten aber ich hab halt auch noch nicht ganz klar ich hab noch keine Dias und mein Spitzhaken ist alle und kann auch mal eine Werkbank machen ich hab alles einig das ist ganz gut so mach ich doch mal ein paar Spitzhaken hier nicht gut weiter gehts und die Werkbank weder weg Das machen wir einfach so, dann bauen wir das ab hier, die Kohle. Wenn wir viel Öfen haben, dann brauchen wir viel Kohle, ganz einfach. Ist so. So und so und so. Machen wir den noch weg, den noch weg, den. Und den selbstverständlich auch. So. Okay. Okay. 32 sind wir jetzt, da kommt eine Höhle. Hier ist ein Dungeon. Hier ist ein Dungeon mit einem Spannenspawner. Ich mach mal ganz kurz den Spanner weg, weil hier sowieso keine Hauptfarm gebaut. Geil. Wir finden einfach mal schon wieder ein Dungeon. Sehr schön. Das gefällt mir. Also. Also. Bisschen Essen noch. Ich hab ein Problem. Und zwar. Und zwar. Ich weiß nicht, wo ich das lassen soll hier gerade. Aber das ist alles. Kann alles wertvoll sein irgendwann mal. Ich lass mal. Ich lass mal. Das lassen wir mal noch hier. Ich lass mal die Leitern hier. Ja. Damit ist unser Inventar voll. Wir müssen abhauen hier. Ich komm aber nochmal her gleich. Und baue den Monster mal noch ab. Das ist. Manchmal gerne. Einmal ab zur Server ein. Schnell abladen hier. So. Mal auf. Zack, 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 zack. Habe ich gerade eine Spitzhacke versätigt. Abgeladen. Ja. Glaub schon. Ist noch eine Spitzhacke. Einfach eine Spitzhacke, die wir hier einfach haben. Das ist auch. Echt schlimm. Wie viele Spitzhacke haben wir denn hier, Alter? Gut. Dann. Ab zur Server 4. Wo war das jetzt? War das hier? Ich glaube, ich habe gerade ein Kreuz da gesetzt. Kann das sein? Nee, habe ich nicht. Ich kriege den auch irgendwie gerade nicht ersetzt. Das ist nicht nett. Ach man, ach man, ach man. Ich werde es wieder finden da. Warte mal. War das überhaupt hier in der Gegend? Muss eigentlich, aber genau weiß ich nicht mehr. Das war aber hier die Gegend auf jeden Fall. Aber ich habe keinen Plan, wo genau... Scheiße. Ich hätte mir mal merken sollen, wo... War das? Ich will jetzt den Mostdown gerne haben. Vielleicht auch die Sachen, die da noch drunter waren. Aber leider... Akrobatik. Mir kommt dieser Ort halt auch einfach gar nicht bekannt vor. Oder so. Es ist dann schon... Oh, ist ein bisschen... Oder war das hier irgendwie? Mal nochmal gucken. Ich bin auf jeden Fall hier in diese Richtung. Oder... War das hier vielleicht? Wo ich war? Oh mein, wo... Wo war das? Das müsste ich glaube ich im Video echt nochmal nachgucken, wo genau ich draufgeklickt habe. Als ich... Als ich Dings gemacht habe. Gut, ich bin da jetzt gerade ein bisschen ratlos. Ich gucke da mal zum Anfang der nächsten Aufnahme mal ein bisschen nach. Ich habe jetzt... Ich würde sagen, ich beende jetzt die Aufnahme an dieser Stelle. Also wenn ich das nächste Mal aufnehme, gucke ich das mal nach. Ich werde vielleicht mal in meiner Farm-Belt... Farm-Belt-Laterie. Äh... Was ist das jetzt nochmal? Verlosung. Ende Ziehung. 18.8. Da... Danke für Nothing. Spawn. Mh... Okay. Fortgewinn 3 Kattis pro Ticket. Kosten 64. Cobblestone. Ende Ziehung. Ja, 18.8. Toll. Ist ja schon vorbei. Jo. Ich weiß nicht was. Ich kann ja mal trotzdem mal gucken. Ich habe zwar gar kein Cobblestone bei, aber... Ich gebe das mal ein. Verlosung. Fetten Farm-Belt. 4.8. Bis 18.8. Dann 19... 12 Uhr bis 19.45. Ja, gut. Müsste mal ein bisschen aufpassen. Und können wir mal aufhören, ständig irgendwie in die Farm-Belt-Laterie zu werden. Ich würde gerne hierbleiben. In die AFK-Zone, bitte. Danke. Gut. Ich würde sagen... Lassen wir hin. Ändere Schuss haben wir auch hier. Geil. Ja. Ich würde sagen, das war's für diese Aufnahme. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.